Tourismus für ein blühendes Mostviertel. Wirtschaft schafft Arbeit. Zukunft braucht soziale Sicherheit. Jugend ist unsere Zukunft. Damit ich mich auch in den nächsten fünf Jahren mit Herz, Kraft und Erfahrung für das Mostviertel und für die Menschen, die hier leben, einsetzen kann, bitte ich um Ihre Vorzugsstimme. Am 3. März Ihre Vorzugsstimme für Michaela Hinterholzer.